Ho, ho, ho! Und wir öffnen das nächste V-Lenz-Kalender-Türchen. Heute bereits Nummer 4. Und die letzten Tage hatte ich viel zu tun, aber ich war gleichzeitig auch sehr relaxed, weil ich es geschafft hatte, die ersten drei Türchen plus das Erklärbär-Video, welches ich hier nochmal verlinke, wie das Ganze abläuft. Naja, das hatte ich alles schon abgedreht, das hatte ich geschnitten, hochgeladen, alles getimt, die Blog-Beiträge und, und, und. Ich musste nichts machen und hab mir dann auch gedacht, nach dem ersten Tag, ach komm, die nächsten drei machst du jetzt rucki-zucki hinterher und was ist die ganzen drei Tage, wie so oft? Man macht es natürlich nicht. Und jetzt auf den letzten Drücker komme ich wieder hin und schaffe heute wahrscheinlich gerade mal ein Türchen und, naja, mein Leid wollt ihr gar nicht hören. Ich wünsche euch sowieso eine schöne Adventszeit und lasst euch nicht stressen und kommt mal langsam runter, so zum Jahresende. Was ist denn heute drin? Sekunde, ich hol's mal eben. Und zwar, auch ich habe am Black Friday zugeschlagen und hier drin, naja, zumindest schon mal eins, also ohne später was zu spoilern, deswegen, das war ja auch ein Grund, ne, ich hatte ja auch ein Honor-Hinweis-Werbevideo auf den Black Friday gemacht und hier drin ist tatsächlich mein Highlight daraus, ist eins, das hier ist jetzt ein Honor Magic Book D14. Also ein Notebook oder ein Laptop von Honor hatte ich hier auch im Kanal getestet und für den Preis, preisleistungsmäßig echt, echt, echt schön, da muss man sich keine Gedanken machen, was haben wir denn hier, ne, AMD Ryzen 5 3500er U, 8 GB RAM, nur 256 GB Speicherplatz und es ist ein 14 Zöller im Alu-Format und ja, 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 egal, guckt euch hier Testberichte und, 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 und an. Meine Bitte daran ist nur, gerade in der aktuellen Situation, was weiß ich, wer noch einen guten Rechner hat, also bitte jetzt mal an dieser Stelle wirklich mal Leute, die sowas echt, echt, echt brauchen, unabhängig davon, dass natürlich ein paar da draußen sind, die sowas direkt bei Ebay verticken, aber ich meine wirklich Leute, die sowas in der aktuellen Situation echt, echt, echt brauchen, dass wir mir ein Anliegen, dass sich da dann, also wirklich nur die melden, die es wirklich, wirklich, wirklich brauchen und sich nicht denken, hä, ja, ist Zweit- oder Drittrechner oder sowas, also deswegen. So, auf jeden Fall, heute einmal drin ein Honor Magic Book D14, wie gesagt, selbst gekauft und, 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 das soll es schon gewesen sein und macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!